Und da bin ich ja wieder. So, wir machen jetzt an dem Punkt mal, wo wir aufgehört haben. Let's go! So, wir waren jetzt hier. Die sollen, denke ich, mal da oben kämpfen. Aber ich möchte vorher noch einmal hier rechts gucken. Auch wenn ich hier wahrscheinlich nichts machen kann. Denn das Wasser sieht ungesund aus. Ah, ne. Dann reden wir nochmal mit den Zwillingen, oder Geschwistern halt. Schönen. Es ging durch hier, aber wir können nicht überstehen. Es gibt mehr von diesem Nassissip, die in den Weg gehen. Kannst du es rausnehmen, damit wir überstehen können? Es ging durch hier, aber es gibt mehr von diesem Nassissip, die in den Weg gehen. Ich dachte, ich sage noch was anderes. Können Buskampf werden, ne? Okay. Die Rot können Spezialblumen reinigen, um Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke deine Rot auf sie, indem du fähig solltest. Außerhalb des Kampfes wird Kenas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Was ist denn? Ah. Na gut, dass ich das gerade schon mal verwendet habe. Ey. Das darf ich nicht mehr. arms мышchenalitysystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystemsystem Microchain vom Schwimmer des cm-froisches sozialen und offline genies langzeit Er hat noch nichts, wer will noch? Wieso denn gleich wieder einsteigen? Wer weiß denn? Oh, hier sind eine Blumen, die ich vorhin auch schon gefunden habe. Schau, Kana, ich weiß, was das ist. Hier ist eine Forst. Bring deine Rott zusammen. Weiterhin schnell vorüber gehen die ursprüngliche Form der Rott wieder her. Verwende R, um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Rott Feinde angreifen, Barrieren zerstören und Verderbnis bereinigen. Aha. Ja. Interessant. Wo soll ich jetzt damit machen? Ach, da oben. Komm mal mit. Schnell, beeilt euch. Ah, okay. Das könnte ich jetzt noch einmal verwenden, ja. Ich wollte noch mal mit den beiden reden. Wollte mal gucken, was es hier noch so gibt. Geld. Was ist das hier? Nix. Dann gibt es noch mal Geld, oder? Nee. Äh. Ne, sind die zwei hin? Ich bin wohl schon weiter. Schöpfer. Geld? Nee. Was ist das? Ach, das ist dahin. Was war's? Hey jo. Ah, wartet mal. Gab's hier noch was? Was auch vielleicht? Nee. Dann müssen wir hier wohl die Wurzeln reinigen. So gut wie Neutrophäer. Fähren wir den Rest auch noch hier weg? Ok. Machen wir mal den Weg auch noch frei? Genau was? Nein. Was ist das für eine Figur gewesen? Etagia. Soll ich mir zu viel Geld? Das war eigentlich nur für Hüte gut, oder? Keine Ahnung. Ab nach oben. Irgendwas vergessen? Ähm... Nö. Hey. Oh, jetzt war hier lang. Nö. 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 Oh, hier setzen. Teleport? Bin ich jetzt eigentlich? Ich bin jetzt da. Ich bin fast am Ziel angekommen. There's more poison in the end. We'll just wait here. Ha! Ich hab den Kampfer in der Mitte! Ah, boi, denn... Ich verstehe, wie das ein größerer ist. Ich verstehe, wie sie das Monster gemacht hat. I told you she could help us. Great work, Kena. Let's keep going. We're getting close. Gut. Links müssen wir lang, ich geh aber erst mal hier lang. Sofern ich hier lang gehen kann. Nee, das ist der richtige Weg, oder? Ja. Dann doch den anderen Weg. Dann werden wir da mal putzen. Okay, hier gibt es eh nichts weiter. Oder hier vielleicht... Ja, dachte ich mir. Drei noch fürs nächste Level, okay. Aber ich habe gesehen, ich kann mir jetzt Upgrades kaufen. Ähm... Parieren finde ich gut. ... 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 Daro ist hier, aber er hat vergessen, wer er ist. Wir müssen drei Reliken finden, um ihn zu erinnern. Der Wald ist großartig. Wie wissen wir, wo er zu sehen ist? Vielleicht kann Mr. Russo uns helfen. Seine Haus ist da. Äh, machen wir das jetzt. Die Richtung. Gut. Das ist doch größer als ich dachte, hätte ich nicht gedacht. Ähm, gab es jetzt hier noch was? Ich kann das hier aber auch nicht wegmachen, gell? Zumindest sieht es nicht danach aus. Nee. Anderen Weg gab es... Warte mal, in die Richtung? Hier lang. Das scheint aber versperrt zu sein. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Kann ich ja nichts mehr? Oh ja, das ist gut. Ein Mädchenwagen. Fuchs. Ach komm, ich kaufe von jedem Hut immer und mittelstens 100. Na, teurer. Von 10 auf 100 gleich. Okay. 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 Nee, hier seh ich schon. Ja... ...lässt mich das noch nicht durch. Dann... ...können wir nur noch den richtigen Weg nehmen. Jetzt hab ich's gar nicht geguckt, ob ich mit der Maske... ... noch Rott finden konnte. Aber jetzt gar nicht drauf gehabt bin. Ja. 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 Der Weg, ja. Nee. Rechts. Hier lang. Hab ich hier grad was gehört? So. Kein Selsen. Da ist der Gegner. Da ist der Gegner. Da ist der Gegner. Vielleicht parieren. Nee. Das ist nicht parieren. Ich will eigentlich noch etwas mitzpariert gehen aber auch noch ein bisschen. Ja, ich stemme mich noch. Frech. Das war auch frech. Oh, hier war es doch eben schon. Ich dachte, hier gibt es was schönes. Frech. Das war gemein. Haben wir hier einen Freund? Ja! Aber wir gehen parieren. Dann drücke R1 nach dem parieren. Wie geht parieren überhaupt? Ach, hier steht es doch. Aktiviere dein Schild im richtigen Moment, um gegnerische Angriffe zu parieren. Da war er doch fast richtig. Aber anscheinend habe ich schon das Timing verkackt. Geht es nicht hier lang? Hier ist wieder so zu wohl. Hier ist ein Schild. Hoppa, hoppa. Für den Karma kriegt man echt wenig, finde ich. Na ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem Herrn da oben auf den Berg. Der da oben ziemlich weit oben wohnt. Usoberg. Ich habe auch noch eine Schnellreise gefunden. Okay. Vorne sind die Kinder. Ja, da oben. Ist ein Stück ein bisschen hoch, ne? Links oder rechts lang? Ich nehme links. Sieht gefährlich aus. Was war der denn? Was war der denn? Wer der weiß? Er scheint schon etwas stärker zu sein. Der jetzt bestimmt kommen wird. Was ist das? Soll man das Parieren üben eigentlich? Nein, das ist doch so. Das sind aber nicht so viele von mir. Soll man das Parieren üben hier. Zu spät. Brauch ich mal Heilung. Spät. 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 Das ist doch so gefährlich. Ei ei. Das Parieren muss ich noch üben. Das Parieren muss ich echt noch üben. Aber wir sind ja noch am Anfang gespielt. Ja ja. Mit der Zeit kommt das schon. Haben wir wieder was sauber gemacht. Was haben wir hier jetzt? Da muss irgendwas drauf. Irgendeine Figur. Die da. Die Eule. Hier. Das hat man glaube ich schon mal im Trailer gesehen. Hier mit der Figur. Keiner Zeit. Geil. Ah, das gab Karma. Wundert habe ich jetzt. Äh, kann ich was upgrade? Sorry. Wie sieht es hier aus? Wie sieht es hier aus? Halte R2 unter Gefilge, um einen Rothammer zu verzeugen, der aus der Entfernung zuschlagen kann. Hm, das klingt gut. Oder? Wir nehmen Sprintangriff schwer. Nein, wir nehmen den Rothammer. Äh, ja. Äh, upgrade. Nehmer. Wir brauchen noch zwei Rot, dann gibt es wieder ein Level. Okay. Ähm. Achso, was hat das jetzt? Äh, R2. Ah, nett. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Äh, ja. Äh, ja. Okay, ich werde den anderen Weg nachher, aber wobei ich hier glaube ich lang gehen kann, wa? Komm ich bestimmt nicht rüber. Sagt die Maske irgendwas? Da muss ich hin? Äh. Ja. Im Moment... Hier nicht. Hier ist eine Karte. Melden die sich eigentlich, wenn sie einen Kollegen in der Nähe haben oder... Ha. Ich kann dich teleportieren. Berlin jetzt. Nee, zurück will ich nicht. Was haben wir hier? Nichts. Hier ist ein Wagen, oder? Nee. Dann gehts lang. Was ist das? Weiß Skipperin. Das ist eine Erinnerung. Ah, schade. Das muss ich anscheinend auch noch reinigen. Dann bauen wir das doch mal. Dann bauen wir das doch mal. Die Kamera ist, glaube ich, wichtiger. Hier ist der richtige Weg. Hier oben? Ja. Oh. Ah, okay. Verstehe. Da kann sie nicht hochlaufen. Da fährt deutsch zu runter. Jetzt wird es aber gerade lauter spielen. Kann das sein? Ja. Okay, ein Stück ist es noch bis zum... ...meiner Berg. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Oh, hier gibt es Früchte. Früchte. Hapa, Hapa. Gut. Jetzt noch mal eine schnelle Reisepunkt. Auch schöne Aussicht. Da hoch muss ich. Ich könnte nämlich hier auch ab sein. So wie es aussieht. Aber... Okay, dann bin ich dann hier. Äh, da muss drüben die Brücke gewesen sein, wo ich nicht rüber gehen kann. Okay. Gehen wir den Weg hier mal weiter. Andere Option bleibt uns ja im Moment nicht. Nein, hm. Nicht runter. Ah. Kein Schlicht. Das war so auch nicht geplant. Äh, ja. Ich muss dann wo hier lang. Dann hier lang. Dann da lang. Dann hier lang. Dann hier lang. Jetzt wird ein bisschen geklettert. Ja. Die machst du überall gemütlich, ja? Jetzt müssen wir... rechts lang, oder? Also hier lang. Dann bin ich jetzt ein bisschen an Tom Broder hier. Die überall hier umsitzen und auf mich warten. Da sind wir hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich denke immer... Ich denke immer... Zack. 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 Da rüber, ja. Ich glaub, wir haben einen richtigen Weg genommen. Da haben wir angefangen, alles klar. Ist immer richtig. So, ja. Ja, wir sind auf dem Weg. Sagt die Maske oder irgendwas? Da muss ich hin. Da ist sie. Ja, hier bin ich. Okay, machen wir jetzt. Lass mich fallen, okay. Schafft. Such nach Uso. Entfernung. Das pack ist klein. Es sieht aus, dass es zu einer der Kinder gehört hat. I asked. Ich bin ein paar Sachen. Ich bin ein paar Sachen. Aber ich bin ein paar Sachen. Ich hab tatsächlich keiner. Das ist der Schnellreisepunkt. Äh, Upgrade. Na, jetzt können wir den Sprintangriff schwer nehmen. Jupp. Aber hier wird kein Durchkommen gehen. Äh... Gibt's hier irgendwas? Äh, nicht wirklich. Aber wenn die Verderbnis da ist, braucht man eigentlich groß nichts zu gucken, weil man findet sowieso wahrscheinlich nichts. Was ist denn das denn gewesen? Was ist denn das? Was ist denn da? Was ist denn das? Äh, so schlecht. Geht mit euch. So, den muss ich jetzt abmachen. Das heißt, ich muss hier irgendwo eine Plattform. Komm mal hier. Oh, der Stein muss irgendwo hin. Ich vermute mal... ...dahin. Okay. Damit die Kristalle einen Kreis bilden. Und zack. Genau. Der Impuls muss bis dem Stein über dem Tor kommen, um die Tür aufzumachen. Ich glaube, da runterfallen sollte ich nicht. Oder? Nee, sieht böse aus. Ich hab mein Licht an. Ich hab mein Licht an. Ich hab mein Licht an. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, das ist ein bisschen schreit. Was ist immer auf der Wege? Was ist immer auf der Wege? Ja, das ist so schlimm. Ja? Was ist bei dem jetzt das Geheimnis? Ah, anscheinend genug. Oh, das verstehe ich nicht. Oh! 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 So, wie schnell genug zu ihm kommt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Äh, das war auch nie. Ich bin mal der Ausstrahl. Kommt bloß auf den Gegner, okay. 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 Okay, okay. Okay. Oh, ich le colde doch, Kollege. Ha. Easy. Kann ich da hoch? Hier. Früchte. Wir sind schlecht putzig, die Dinger. Mehr ist jetzt hier auch nicht. Oder? Sag die Maske noch was? Ja, da muss ich hoch? Nee. Gehen wir mal zu dem Herrn da oben, der da... Echter Marsch der Welt wohnt, ey. Ja. Aber nein. Ich sage noch nicht mehr. Ich werde mir jetzt kommen. Oh mein Gott. Wie sind die Kinder eigentlich so schnell hochgekommen? Sie haben den einfachsten Weg von allen. Frechheit. Ich muss die Figur aufstellen. Ich kann nicht noch was kaufen? Nee. Da muss ich erst Level 2 werden. Oh, hier Level 4. Aha. Oh, hier Level 4. Ist noch irgendwas abseits? Oh, ist er tot? Hm, anscheinlich. Gut, dann haben wir jetzt den Herrn wohl endlich erreicht. Ah, das ist Baumhaus. Ja. Hey, Mr. Rusu. Wir haben dich geschaut. Wir haben unsere Freundin Kena. Sie ist hier zu helfen Toro. Wie ist es? Wir haben die Geist. Wir haben die Erachtung. Wir haben die Geist. Wir haben die Geist. Eine, die unsere Stadt verletzten zu verstehen. Als der Schrein's Macht begann zu fadern, eine Devastative Famine verletzte unsere Stadt. Taro verloren hat seine Eltern, und er hat sich gehalten, um Beni und Zaya zu beschäftigen. Ich sollte mehr tun, um Taro zu helfen. Und jetzt kann ich nur sehen, als seine Geist verletzten. Wir können trotzdem helfen, Taro, Rusu. Es gibt ein Relic, mit der Korruption in deinem Haus. Aber ich brauche ein Weg, um zu überstehen. Diese Art, die du gehst... Ich fühle, dass sie einen stärkeren Macht haben. Das Staf hat mein Vater gehört. Sie hat in unserer Familie seit Jahrzehnten. Er muss sein, dass er ein großartiger Geist ist. Ich kann nicht gegen die Korruption sein, aber ich kann euch eine neue Art, um ihn zurückzukommen. Der Bogen, da gibt es nicht mehr. Er kann nicht nur ein, was ich der Gene, die sich tie century machen will. Er kann nicht bei dir, wie ich wieder hin. Der Bogen, da heißt, dass er eine Stafel hat. aber ich blöde, dass er nicht andere ist. Der Bogen... Draw on its power. Du hast die Bogenfähigkeit gelernt. Drücke und halte L2 um zu zielen. Während du L2 gedrückt hältst, drücke kurz R2 um einem Pfeil abzufeuern. Alles klar. Ich kann mal den Controller testen. Ich dachte, der würde schwerer werden. Das habe ich nicht geschossen. Gib mir nochmal Wäsche. Da gab es noch kaum noch. Achso, die Pfeile haben Regenerationszeit. Vier Stück. Okay, ich stehe. Ich muss nochmal wieder aufheben. Ich gehe mal davon aus, dass ein Upgrade-Punkt jetzt der Bogen ist. Genau, wie ich es mir dachte. Drücke R3, während du deinen Bogen spannst, um die Zeit kurz zu verlangsamen. 150. Das kann ich noch nicht. Und hier haben wir jetzt noch Drücke 4, wenn du einen Bogen spannst, um einen Rottfall zu erzeugen. Kenas Bogen fördert einen mächtigen Schuss ab, der Feinde durchbohrt. Interessant. Braustauber Stufe 2. Oh, gab es noch irgendwas hier? Was soll ich jetzt hier machen? Äh, Taro sagt, es beseitige die Verderbnis im Haus von Ruso. Okay. Unser Schnellreisepunkt. Das ist gut, dann muss man nicht immer noch den ganzen Weg latschen. Und... Ja. Hier kann man üben. Zeig die Kinder noch irgendwas? Nein. Ich wollte dich eingehen nicht. Dein Bogen ist fantastisch, ja. Dabei ist es ja nicht mal richtig ein Bogen. Ha. Okay. Und... Leute, mit diesem wunderschönen Bild werde ich jetzt meinen Stream beenden. Ja, was soll ich sagen zum Kinder? Es ist ein schönes Spiel. Optisch, sehr hübsch. Knuffig. Und ja. Ich find's ganz gut. Bin mal gespannt, was mich noch erwartet in diesem Abenteuer. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich beim nächsten Stream wieder bekleidet. Das dann wahrscheinlich... Ähm... Far Cry 6 wird. Ja. Ich glaub Far Cry. Da will ich mal gucken, ob ich dann wieder nachts um 12. Stream. Denn... Das kommt ja... Ich weiß gar nicht wann das kommt. Ich glaub am 6. oder so. Ne stimmt ja gar nicht. Ist ja gar nicht Far Cry. Das nächste Spiel, was kommt, ist Diablo. Diablo 2. Und zwar um genau zu sein in... Ein Tag und 22 Stunden. Das werde ich dann mit Venom streamen. Äh... Auch hier auf Twitch natürlich. Und... Ja. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Und... Ja. Das wird's von mir gewesen sein. Ich bin euer GameHunter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Das war's Falsche. Tschüss!